Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Fiefer 13. Wir sind Team Let's Patsch in dem beim Spieltag Her... Hoffenheim gegen Hertha bis zu Berlin, so. Ich wollte... TSG 1899 Hoffnung sagen. Egal. Ja. Was? Dortmund hat uns überholt? Ehm... Was? Wann hat Dortmund uns überholt? Sebastian Rudi. Und der Spieler arbeitet hart, um in Possession zu bleiben. Ja, ähm, Semih a la Rui spielt für Neymar. Neymar ist ja verletzt. Der wird für vier Wochen aussitzen, deswegen wird er vielleicht nicht im Finale dabei sein. Okay. Ja und... Wir müssen... Ruhig spielen. Denn... Denn die Spieler sind noch nicht... Schon... Nicht wieder fit. Denn die... Real war es einfach... Fuck. Ein Krieg. Und jetzt macht ein Fünfter, die hat die Zoll. Und believe es oder nicht, es hat seinen Weg nach dem Tor. Das ist der erste Goal des Spiels. Es ist 1-0. Wir passen hier gut hier. Hudi... Mordi... So jetzt Kevin weg und Usami also der Trainer muss wirklich gucken wer für die Korole ins Mittelfeld geht Grandsucker die die Situation der Regen zu spielen da machte noch zu tun ich stehe schon auf die Bremse die Rekordte Torwart erlöschen Griechenland St da habe ich ihn untersche... überschätzt ich unterschätzt der Defender hat hier sehr gut gemacht er hat seinen Fuß in sie haben den Ball sie haben den Ball und die Possession wieder komm an, schön ja, Alagui so, Gamezocker Ah, Alagui Alagui mit der schönen Chance WTF Schrack Sponjo Alagui Kevin und Weiss und jetzt und jetzt Ah, Gamezocker das war, das war so schön die Chance und Alagui ist nicht so schlecht man muss ihn nur richtig einsetzen können was ich halt vorher nicht konnte das war so so, Back erstmal zuksalas jetzt semi Alagui Rudi 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 Weiss Weiss schön und Schröck erstmal nach vorne gehauen und und Chris ja Sebastian Rudi und Alagui wie schöner Pass auf Gamezocker Gamezocker und zum Wiese Rosami Alagui und Hummels Morris Das war doch kein Eindruck für uns ja, zwei Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte Hälfte Oh ne Einfach für uns ja Halbzeit 1 a 1 ja wir waren ein bisschen bessere Mannschaft der es oder da du sagst sie ist du wäggelaufen vom Ball Morris und sie die die Schröck Johnson Weiss Na, was war das denn? Leute, ihr müsst euch konzentrieren Ja, natürlich, auf Offenheim Schlöck Schlöck Na, fuck Ja, Weiss jetzt am Ball Schlöck Ja, Abstoß Und Kevin Einfach wegkauen Das ist ja alles viel zu riskant Jetzt Ox Und Jetzt vielleicht Ja, 2-1 Ja, 2-1 Ja, 2-1 Ja, 2-1 Ja, 2-1 Rudi Schöck 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 Vor allem Alagui hängt auch nur vorne rum, ne? Er sollte ja eher so ne Erben E-Wild Spieler sein Er hängt einfach nur vorne rum Rudi Und Hummels erstmal nach vorne Zu Tim Wiese Läuft Und Kevin Schade Ja Roberto Firmino Kommt jetzt rein Schiri Und Back Der Diop Schade Und Dor Und Schade feito Und Worum Der Schade Was Das Wir Liberировать Die D D Fuck. And another is dead. Und ich sag da noch, wir müssen die Kräfte sparen. Die Kräfte sparen, in der spirit of the day, wirklich, trying to keep the game flowing. Good pass. Slid in. Great play from the attacker. Got away from that defender. Great strike. Schön. Ja, Abschluss. Schreck. Schreck. Got to clear it now. Well, that didn't go quite as we thought. There's still nothing between these two teams. They've given us a great contest here. The next few minutes could be decisive. Stopping the pass getting through with a good piece of anticipation. So, Schreck. And it's Williams. Williams. Derdiok. Derdiok. Oh man. Hallo. Oh. Hängt mich da drauf. Derdiok. Rudi. Derdi. So, jetzt. Ende. There we are. Final whistle. Well, they did have to do some defending, but all guns blazing in attack. Yeah, and credit to the manager for the way he set up his team. Could easily have back fired, because they let themselves open at the back at times, but, uh, he was positive and it paid. Okay. I would just say, we'll see you in the next part. Ciao, Leute. There we are. There we are. A normalcymical, … …